Was? Da hat sie sich in den Busch geflasht! Oh, diese... Fatze! Ja, genau, das war's genau dieser Anfang, wo ich einfach mir nicht mehr klar war, was ich über... Hä, was ist los? Ja, genau, halt die Fresse! Ja, willkommen bei einer neuen Runde League of Legends mit mir, dem Pisek und dem Nitro, der mich heute sportet. Ich spiele den Adi-Carry Tristana, er spielt als Support, die Jenna... Also, es geht, glaube ich, wenn ich diesmal wieder den Blue-Buff kriege? Dann wärst du wieder so ein richtiger Hurensohn, Junge. Ist die... Echt mal mit Autohol, Junge, holst du dir den Blue-Buff? Ich bin noch zwei Jahre, ich hab da nur 7. Tja, hat gereist! Oh, ne Scheiß! Ach ja, dies eh schon was! Lustig! Okay, wenn ich nicht aufnehme, habe ich FPS von 86, wenn ich aufnehme von 30. Interessant! Sehr toll! Ach ja, das liegt darauf, weil ich auch 30 begrenzt hab. Ha, ich hält! So lange das nicht senkt. Ach ja, ich hab auch noch den scheiß Raids genau ausgewählt, ey! Meine Fresse! Ah, okay, Bildstörung! Schön, und wieder Bildstörung! Und noch mal? Warte fuck, was ist denn das? Warte, hörst mal! Oh mein Gott! Was für nur 12 und 90? Eine Note? Warte fuck! Was labert Jenna? Okay! Das kann ja lustig werden! Ich hab einen Fisch gefunden! Wow, was? Ja! Dann viel Spaß mit dem Fisch! Oh, ich hab ein Auto getverkackt! Ah, der steht kaum zu spät! Oh, der steht kaum zu spät! Was? Ja! Ja! Okay! Dann viel Spaß mit dem Fisch! Was? Hast du dir grad den Creep geholt? Nein, hab ich nicht! Oh, und ich verkack den nächsten schon wieder! Ich mag den Fisch nicht! Ich mag Articary nicht mehr! Ich kann's einfach nicht mehr! Einfach zu doof dazu! Ja! Jedenfall! Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Ah, und für schon wieder einfach kackt! Und schon wieder einfach kackt! Also echt! Oh, und schon wieder! Ich glaub ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch hierbei! Die uns... was zum Geier erwartet grad! Egal... das war schon wieder einfach kackt! Wenn man große Creep... Ja, den großen Krieg wenigstens! Das ist echt unglaublich! Also ich, Adicary und Farm, ist... Dich, Adicary und Farm, ist... Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Äh... Den greif ich nicht mal! Oh, das ist doch mal. Oh. Bam. Mussi. Ich bin weg. Weggenommen. Und ich zock Tristan da nie. Really. Ja, Mann. Okay, den nicht. Scheiße, das ist so armselig, ey. Willst du es wirklich hochladen? Das ist einfach zu treuhaft. Ja, Mariano kommt ja nicht hinterher, anscheinend, mit seinem Hexerkill. Was? Ja, Mariano hat doch Hexerkill aufgenommen. Ich will auf etwas schießen. Ich will auf etwas schießen. Nur viel zu viele Worts. Ach so. Ich bin doch nicht mal im Wort vom Anfang los. Nicht? Okay, ich habe gerade drei Creeps untereinander verkackt, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist wieder mal so professionell. Ja, du bist ein Hero, ich weiß. Ja, ich weiß auch. Danke. Wenn die wenig Leben haben, dann explodiert es. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Tristaner spiele nach, weiß ich nicht, halben Jahr. Da. Klau' man nicht, du Junge. Spaß. Oh, da war das Leck. Muss ich rauschneiden, Junge. was soll ich immer auf das Spiel kaputt zu machen was schmeckt dir los Alter was hab ich denn wegen dir nicht bekommen ich sehe ich wie Hodenkrebs nein darüber macht man sich nicht lustig mein Krieb auch du musst mich schlück als ob du nicht bekommst okay der selbst sah sehr gut aus ja Hilder Aufer und schon gekriegt mit dem oder ich bin schon um ein wie einfach noch überspringen aber es war ja ich hab ja mein Wort gestellt und ich frage mich warum wird mein Wort nicht über die nun verstanden und so manche babysitten sehr professionell unglaublich also hast du den jetzt gerade wieder bekommen her 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 hat macht eine Wukong jetzt sind wie und das ging schief das ging voll in die Hose wird wird er hat professionell für 5 falls man es noch nicht rausgehört hat ich bin etwas erkältet kann ich ja gleich noch auf 50 Gold warten ich hab das Gefühl gemacht die Ulti hat den Bokon gar nicht weggeballert ich hab das Gefühl ich hab das Gefühl Nr. Kuhn es ist nur der Scheiß Oko da so befreien musste aber ich bin auch zu binden gewesen und Springer vertreten Doraus mal ein Warte ich komme noch nicht Kuhn mal ich bin heute da und wieder ein um habe ich bei mir selbst einbrüche verstehe ich nicht okay so ein Wichser Junge Ehrlich. Ich will auch etwas schießen. Ein Gegner wurde gekült. Anlegen. Oh, Junge. Der will es sein. Echt provozieren, Mann. Ich will auch etwas schießen. Und mit dem Ding. Ach, hat wahrscheinlich gehört. Mann, da hat das ja Spaß gemacht. Alle drei Links. Das ist der erste Tor schon weg. Ja, du kannst die Minutes lastigen, die ich nicht hinkriege. Alle. Ach, halt die Fresse, ey. Wirklich. Oh, Katharina. Teehee. Das spielte ich. ede mutuallysquare-spiel-zwipel-zwipel-zwipel-zwipel-zwips. Und nun mal sehr, ja, f harvest Dr. keine Ahnung irgendwas mit Nickelodeon sieben so wirst du dich auf jeden Fall nicht einfach töten lassen alte durch verrückt kommt ja noch mehr da Brottsch natürlich die viele Malen machte gut was die Unendings wird wie in Studien diese Klasse wenn ich nicht produktiv das Ding finde ich so ganz genau mit Stoß die verkackt war mir klar das war klar dachte ich eigentlich gewinnt zwei einsteht wohl schon sagen dass sie es nicht hinkriegt das war auch und ich glaube jetzt kommen sie zu mir ich verstehe diese FPS einbrüche nicht ehrlich kein bisschen wie die bei grafischen Aufwand oder so einbrechen ja schon mal merkt ich habe immer wieder irgendwelche Grafikfehler hier das kommt auch runter und wieder ein Grafikfehler meine Güte ich verstehe es nicht was geht denn ab ey ganz finde ich so ja ich auch nicht ich habe andauernd irgend so einen komischen Streifen bei mir im Bild lass den Streifen noch Streifen sein hat mich aber nicht Streifen mit also die tings und übermache ich die spiel junger stelle erneut der weltkurs ist richtig neues sarkasmus oder eigentlich was nach sarkasmus haxen sucht um noch nach leuten mit 4 1 geht welk aus voll dafür das hat die mitte verkackt hat hast du recht kirk hat auch keine chance am katerkontrollen wo uns da ist du solltest weg ich komme schon weg ich hab noch mein jump ich hab noch ein flash außerdem habe ich jetzt kann ich nur was wie kann das wenn sich vom xin fertig machen ich habe 450 also ich habe fast 500 mits wieder so ich komme mal weg no problem das war so klar dass er genau da in die volle rein ich hab doch nichts reingepinkt Junge wasch da los Junge wasch da los kann ich dir nicht sagen was da hat sie sich in Busch geflasht diese alter macht der schau ja m er hat das mit dem Volk und sagen wenn er das noch schafft Kommerkost wird die Euro moment ist jetzt schon da los also der Xim um die Pro um was war das das nehmen wir jetzt mal so als ausrede ist stattgegeben ach sie war noch alle tot was du denkst ist ohne Bedeutung versuchte es zu fahren Halt die Fresse er hat zu verab Barbehelle nur wenn ich sehen nur weil ich nicht so ein Artikel bin wie du heißt das noch längst nicht dass du mir Vorwürfe machen darfst über meinen Vorhaben meine Armee genau fress du nur erstmal den Schaden brauchst du fein was sollst du was ich fress keinen Schaden du ja er hat es als wenn du gefrisst halt einfach die Fresse er hat immer wieder die ich sehe Nini ich will nicht 3 Dankeschön um ja ich glaube ich wir haben da so Probleme Falschgesprungen Nein Oh Gott was war das Wir haben es auseinandergenommen 3 Game 4 3 Win Junge Was WTF Ist halt so das ist ein Tristan er springt von A nach B und B nach C und irgendwann landet so bei D irgendwie so ich kann aber Tristan einfach nicht ich kann sie nicht spielen keine Chance ich krieg's einfach nicht hin so wie man das in den LCS und Weltmeisterschaft gesehen hat dass da irgendwie Jump mit Ulti-Kombo oder WTF irgendwie alles gleichzeitig Gott da kann es drei Jahre bei mir warten ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin 1 von ich bin das ist gemeldet hier nur ruckelt gerade komplett das Bild FPS ist Klauweitschaft wir haben ja Leute wir machen wir eben kurz ein Katz damit ich das überprüfen kann wir sehen uns gleich wieder so schauen und bekommen zurück ihr habt nichts verpasst dass nichts passiert es ist wie beim alten auch so dass ich jetzt ein neues item habe und irgendwer grad liegen unser Weltkurs ah, unser, ok WUUT! HAHAHAHA okay KÖKÖKÖ oh Gott ey ok ja soviel zu dem Thema gut nächstes Thema nochmal 10% cool down DRAGON 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 reicht Z9 Z9 Oh, du meine Fresse. Kriegt man ja einen Nervenzusammenbruch. Oh, ich bin noch viel zu langsam. Ich hasse es. Tristana ist echt so langsam. Oh, wo komm? Und tschüss. Oh, verdammt, falschen. Oh, ich hab ihn gar nicht geholtet. Ha, ich hab gedacht, ich hab ihn geholtet. Jesus, Gott, verdammt. Oh, was hab ich jetzt mit... Oh, egal, ich rede zu viel. Man muss halt einfach die Fresse. Oh, ich komm vielleicht noch mal zurück. Gibt's noch Probleme? More CC, please. Ähm, Ulti? Yolo? Haha. Oh, sterb doch nicht einfach jung, da warst du los. Ich konnte ihn ja nicht mal mehr bespringen. Tja, ekelhaft. Okay, das hat sich vielleicht echt scheißern gehört. Äh. Alle bereit, ich stehe nur 12.2. Und ich kann Tristan auch spielen. Tauer ist weg. Wui. Tschüss. Oh, nein, zieht auf der Probe. Das war geplant, okay. Das war alles geplant. Das wurde ich mir jetzt als Sätze seitens. Weiß nicht. Ich glaub, ich hol mir jetzt erst mal Schutzengel. Als erstes. Und danach mir. Äh, lass uns mal. Und ja, Leute, ich hab wirklich League of Legends auf Deutsch. Ja. Glaub mir, ich schämme mich dafür. Besonders der Hexer-Kirche hört sich auf Englisch so geil an, ey. Ist dir eigentlich klar, dass du wieder viel zu viel wortest? Äh? Du wolltest wieder viel zu viel, ne? Ist dir das eigentlich klar? Nicht voll. Er wischt sich so gerne noch. Ha, ha, komm. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Melko, es macht ein Spell drauf und ich krieg trotzdem den Minion. Oh, Mann. Oh, ich bin schon fertig. Ich geh dann gleich mal hoch, ne? Unterhalt mich mal mit dem Xen. Oh Gott, der kloppt ja den Tor weg, ey. Es ist, es ist... Jo, okay. 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 Xen ist ja... Ist gut, Dinger. Was ist dein Problem? Wie gefragt, was ist dein Problem? Gott, der hat sie doch nicht mal. Sag mir, was ich jetzt jetzt kaufen soll. Das weißt du doch, habe ich doch schon tausendmal gesagt. Ach ne, das sagst du ja schon. Hä, was hast du dir ansonsten mal gekauft? Überlegen, ob ich mir noch Twin Shadows, oder? Du hast dir doch irgendwas da immer noch gekauft. Hol dir einfach das. Keine Ahnung, Mann. Ich bin doch nicht Jesus. Ja, Twin Shadows. Nochmal Moveman Speed. Ja, dann hol dir das. Ich bin ja schon bei 518. Das ist noch zu wenig. Ich habe jetzt gerade gedacht, mich erwischt der Birbel. Mann, bist du ein Held. Was ist mit dem Xen bloß? Ich verstehe es nicht. Und Support für gekriegt. Das war so klar, dass er da immer noch gammelt, ey. Oh, Mann. Oh, wo das denn? Ja, wir können auch nicht weiter, weil... Weil... Weil ich ihn bauen. Ich wollte gerade fragen, was kommt denn da für ein Hessliches Teil an? Das ist ja nur Weltkurs. Warum springen die alle mal weg? Ja, eigentlich habe ich so ulti gedrückt und so und... Ähm, ja, ähm... Also irgendwas ging da gerade schief. Würde ich so schätzen. Davon ausgehen. Mäßig. Irgendwie. Dafür krieg ich so Applaus, Junge. Eifkalt klaut er den noch. Was eine Missgeburt. Oh, Gott. Ey. Ich war vorhin da. Unglaublich. Ey, aber immerhin, ich habe den höchsten Farm im Spiel. Was will ich mehr? Ja. Einfach mal geklaut. Unfassbar. Aber der Wegkurs macht echt krass damage. Ne, ist ja auch schon legendär und alles gewesen. Ne, ich auch. Glaub ich. Ach, whatever. Vielleicht. Ja, Mann. Denkst du, ich achte da drauf? Es sind nur andere und das vor mir irgendwas explodiert. Ich weiß nicht mal warum. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Das ist unglaublich. Meine Wolle, ihr Rabadon, wenn du die ganze Zeit so rumflenzt. Und Jinx, ähm... Na, Schock, Jinx. Really? Glaubst du, ich schaffte den Buch und eins gegen eins? Kann ich schon nicht sagen. Ja, ich mir auch nicht. Checking Barrel. Ich lasse mich einfach mal machen, wenn ich verschlossen bin. Oh, Thomas, der gleich den Tower ankriegt. Warte. Ich hab meinen Tower um. Ja, ist ja gut. So, jetzt hab ich's. Vollbild. Was? Oll, du bist vor... Alter! Was ist mit dir los? Warum bist du vor mir Vollbild? Also 540 Movementspeed. Ja, ich geh doch nochmal weg. Bitte lass mir doch weggehen, bitte, 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 ach scheiß drauf, leck mich doch im Arsch. Ja, ähm... Was wir vielleicht noch dazu sagen sollen, das war ein Rakel, doch von Matt, gesehen, ey, meine Brüsse. Wir haben sie ja zerlegt. Also, dann wirst du schauen und... macht was du mir wollt mit dem Video, ist mir vollkommen Latte. Und Matt, du willst auch noch was sagen? Das nehme ich mal als Nein auf, okay. 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 Vielen Dank.